Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem XXL Schwangerschaftsupdate. Vierte Schwangerschaftswoche bis 15. Schwangerschaftswoche. Aktuell bin ich nämlich in der 15. Schwangerschaftswoche und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal von meinen ersten Wochen der Schwangerschaft. Wie geht es mir? Wie ging es mir? Und wie ist der Bauch schon gewachsen? Ich packe euch also ab und zu mal ein Bauchfoto mit rein, das ihr einfach schon so ein bisschen vergleichen könnt. Wenn euch mehr zu der Schwangerschaft interessiert oder allgemein unserem Alter, schaut gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Bei Instagram gibt es täglich Storys und Updates und bei TikTok gibt es jeden Tag ein Video. Ich habe mir hier schon meinen Mutterpass geschnappt und war jetzt auch schon zweimal beim Frauenarzt. Davon werde ich euch natürlich auch direkt berichten. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ich habe euch ja bereits ein Video hochgeladen, so über die ersten Anzeichen in der Hippelzeit, also vom Eisprung bis zum positiven Test. Schaut da also gerne mal vorbei, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach direkt dort weiter. Wir waren nämlich ein paar Tage nach dem positiven Test im Urlaub und ich habe die fünfte und sechste Schwangerschaftswoche also auf einem Kreuzfahrtschiff verbracht. Und das war keine gute Idee. Ich habe mir wieder alles aufgeschrieben und so gut wie möglich alles dokumentiert. Außerdem habe ich euch in YouTube Shorts auch ein kleines Tagebuch hochgeladen. Dort habe ich euch tatsächlich auch im Urlaub so ein bisschen mitgenommen und ein bisschen meine Symptome und Anzeichen mitgefilmt. Ich habe bei 4 plus 1 meinen Frauenarzttermin vereinbart. Da waren wir gerade mitten im Urlaub. Und ja, genau, ich habe einfach ein paar Tage gewartet, weil wir einfach wegen dem Urlaub so viel Stress hatten. Und genau, bei 4 plus 1 habe ich also dort angerufen und wir haben auch einen Termin bekommen für nach dem Urlaub, natürlich. Und am Anfang hatte ich im Urlaub auch gar keine Anzeichen. Wir waren zwei Wochen dort und die erste Woche ging es mir richtig, richtig gut. Ich war einfach nur so ein bisschen müde, aber ansonsten ging es mir echt top. Wir haben die erste Woche auch wirklich viel gemacht im Urlaub und das war auch richtig gut, denn ja, die zweite Woche lag ich einfach nur noch rum. Was mir aber direkt aufgefallen ist, dass ich Zigarettengeruch absolut gar nicht mehr riechen konnte. Also ich hatte da so Probleme ab der vierten Woche mit. Wir hatten nämlich im Urlaub, die Nachbarn haben auf dem Balkon ständig geraucht. Und ja, klar, ist natürlich auch okay, aber es war für mich wirklich der Horror, weil ich das wirklich schon hunderte Meter Entfernung gerochen habe. Und es war wirklich schlimm für mich. Also ich war da wirklich ganz, ganz, also da war ich wirklich ganz, ganz empfindlich und habe wirklich auch alles gerochen, was irgendwie in meine Nähe kam. Ab vier plus vier hatte ich so ein bisschen Übelkeit, aber nicht doll. Richtig krass wurde es dann fünf plus drei, also in der sechsten Schwangerschaftswoche. Da habe ich dann wirklich extrem Übelkeit bekommen. Und das war tatsächlich gar nicht angenehm auf so einem Kreuzfahrtschiff, weil alles nach Essen riecht und du einfach umgeben bist von Restaurants. Und Leute, ich habe einfach fast gar nichts mehr gegessen. Ich habe mich so krass vor Essen geekelt, wirklich vor allem. Und es war wirklich richtig schlimm. Ich habe mich nicht übergeben oder ähnliches, aber mir war einfach dauerhaft übel und ich lag einfach fast die meiste Zeit nur im Bett. Und mein Vater musste mir ständig was zu trinken bringen von der Bar, weil das war tatsächlich so die einzige Rettung für mich. Ich konnte ja nicht mal auf den Balkon, weil da hast du noch Zigaretten gerochen. Genau, ich habe die zweite Woche im Urlaub, wie gesagt, fast nur rumgelegen. Ich war einfach total das Wrack irgendwie. Ich war so müde. Ich habe ständig Mittagsschlaf gemacht. Wir waren dauerhaft übel und ich habe dann tatsächlich auch nochmal Blutungen bekommen, ganz leichte. Meine Brüste sind auch deutlich nochmal angeschwollener. Ich hatte so ein paar Tage das Gefühl, dass ich einen Milcheinschuss habe. Also die waren einfach total prall und super gefüllt und haben auch echt so ein bisschen gespannt. Und in der siebten Schwangerschaftswoche habe ich dann auch so den ersten Blähbauch entdeckt, als es sich abends wirklich schon einen deutlich größeren Bauch hatte als vor der Schwangerschaft. Und dann machen wir auch schon weiter mit der achten Schwangerschaftswoche. Da waren wir wieder zu Hause. Und ich hatte tatsächlich so Angst vor dem Rückflug, weil mir ja die ganze Zeit übel war. Und ich dachte mir, oh mein Gott, fünf Stunden in einem Flugzeug. Was mache ich, wenn mir die ganze Zeit übel ist? Und tatsächlich war der Rückflug echt richtig top. Also da hatte ich einfach echt Glück. Mir war einfach gar nicht übel. Genau, in der achten Schwangerschaftswoche stand eigentlich der erste Frauenarzttermin an. Aber den mussten wir tatsächlich um eine Woche verschieben. Denn auf dem Hinweg zum Frauenarzt sind uns zwei Reifen geplatzt von unserem Auto durch ein Schlagloch. Ja, dementsprechend hatten wir dann eine Woche kein Auto. Und ja, mussten den Termin halt leider verschieben. Das war für mich echt total schlimm, weil ich mir die ganze Schwangerschaft schon Sorgen gemacht habe. Und ich dachte einfach, okay, das ist jetzt einfach Schicksal, dass diese Reifen platzen, weil du sollst keine schlechte Nachricht bekommen. Und es war so schlimm für mich. Ich habe den ganzen Tag geheult, weil ich wirklich dachte, das ist einfach Pech jetzt. Das Baby ist bestimmt schon tot oder so. Und ja, weiß nicht. Das war irgendwie total schlimm für mich. Was ich auch in der achten Schwangerschaftswoche ganz toll hatte, war Nasenbluten. Also meine Nase war unglaublich empfindlich. Und ich hatte tatsächlich auch dort wieder immer ab und zu mal Blutungen. Aber es hat mich so gar nicht verunsichert irgendwie. Also es war total komisch, aber mein Mutterinstinkt hat einfach gesagt, so, das sind so kleine Blutungen, das wird schon nichts mit dem Baby sein. Deswegen war ich da total entspannt. Ja, ansonsten einfach nur Unterleibsschmerzen, Hunger, Übelkeit, Müde. So die typischen Anzeichen für die ersten Wochen der Schwangerschaft. Und dann hatten wir tatsächlich auch schon den ersten Frauenarzttermin. Und das Baby war dann 1,2 Zentimeter groß und hat zum Glück einen wunderschönen Herzschlag gehabt. Ich suche euch mal eben das Bild raus. Dann kann ich euch das nämlich auch direkt einmal zeigen. Ich habe natürlich auch direkt meinen neuen Mutterpass bekommen. Denn der alte ist natürlich jetzt voll. Es ist die dritte Schwangerschaft. Und in so einen Mutterpass passen ja immer nur zwei Schwangerschaften rein. Dementsprechend habe ich einen neuen bekommen. Auch sehr schön habe ich direkt beim ersten Termin bekommen. Und das Ultraschallbild von unserem Baby sah so aus. Genau, da schwimmt unser 1,2 Zentimeter großes Baby rum. Und alles sah super aus. Wie gesagt, auch einen Herzschlag hat sie sofort gefunden. Und das war für mich einfach eine unglaubliche Erleichterung. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Meine Schilddrüse wurde auch nochmal kontrolliert und ich wurde erhöht auf 50er Schilddrüsentabletten, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Aber das kenne ich schon von den anderen Schwangerschaften, denn dort wurde ich auch immer erhöht. Was ich in der neunten Schwangerschaftswoche auch hatte, war Durchfall. Ja, sorry, too much information. Aber das gehört halt einfach irgendwie dazu. Ich habe gehört, dass das durch die Übelkeit kommen soll, weil halt der komplette Magen-Darm-Trakt einfach komplett durcheinander ist. Und genau, also Durchfall und Übelkeit waren einfach neunte, zehnte Woche so absolut mein Begleiter. Ja, zehnte Schwangerschaftswoche auch immer noch Übelkeit. Mit Brüste, die richtig groß geworden sind. Und ich hatte schon ab und zu abends einen richtigen, richtigen Blähbauch. Und da hatten wir tatsächlich auch schon den nächsten Frauenarzttermin in der zehnten Schwangerschaftswoche. Wir haben einen Termin für das Ersttremester-Screening vereinbart. Und die Ärztin hat tatsächlich zu mir ins Gesicht gesagt, ja, wir machen nochmal einen Termin zwischen dem Ersttremester-Screening und dem ersten Ultraschall, weil ich sicher gehen möchte, dass das Baby dann noch lebt. Das war irgendwie ein bisschen komisch, weil ich dachte, okay, sieht doch alles super aus, wie sollte mein Baby dann jetzt in zwei Wochen tot sein. Auf jeden Fall hatten wir deswegen in der zehnten Schwangerschaftswoche nochmal einen Termin. Und da hat unser Baby auch, ja, hat sich fleißig versteckt. Und die Frauenärztin musste 30 Sekunden lang den Herzschlag suchen. Und mir ist schon mein Herz in die Hose gerutscht, weil die Frauenärztin schon, die hat gesucht und gesucht und hat gesagt, ich finde den Herzschlag nicht. Und ich habe schon richtig Panik bekommen. Und auf einmal hat dieses Baby mit der Hand so gewunken. Und oh mein Gott, danach hat sie direkt den Herzschlag gefunden. Also es war so merkwürdig, aber es war so schön, weil dieses Baby einfach direkt gesagt hat, ey Mama, ich bin da, es ist alles gut. Ich habe mich nur ein bisschen versteckt. Genau, und da haben wir auch zwei Bildchen bekommen. Einmal sieht man hier den Fuß vom Baby da unten und hier den Arm zum Beispiel und den Rücken. Und hier sieht man auch noch den Kopf vom Baby. Also hier liegt das so seitlich an der Wand dran. Genau, an der Plazenta. Schön angekuschelt. Genau, also das war schon ein richtig, richtig schönes Baby und man hat das einfach so schön gesehen. Das war auch wirklich ein toller Ultraschall. Ihr könnt gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Da habe ich ein Video gepostet. Da durfte ich nämlich ein Video von dem Ultraschall machen und das war einfach so, so süß. Dort war das Baby übrigens schon drei Zentimeter groß. Ich kann nochmal kurz schauen, was die Frauenärztin hier noch reingeschrieben hatte. Genau, zweiter Frauenarzttermin war 9 plus 4. Herztöne haben wir gesehen, Kindsbewegung hatten wir gesehen. Ich hatte ein Gewicht von 50,4 Kilo, habe also auch schon 100 Gramm zugenommen. Aber es kann auch sein, man ist bei diesen Frauenarztwagen ja auch immer komplett angezogen. Naja, egal. Auf jeden Fall sah mein Urin auch gut aus, kein Eiweiß oder ähnliches. Alles top. Genau. Das hatte sie aufgeschrieben und sie hatte dann auch aufgeschrieben, weil wir dann, sie hatte hier direkt das erste Screening ausgefüllt im Mutterpass und da hat sie auch nochmal einfach nur alles reingeschrieben, dass alles super aussieht und dass das Baby eben 2,8 Zentimeter ist. Genau, Schwangerschaftswoche 11 ging dann weiter mit ordentlich Rückenschmerzen und dass der Babybauch auch wieder ein bisschen gewachsen ist. Da fing es dann wirklich so richtig an, dass man wirklich auch schon morgens, wenn ich im Bett gelegen habe, wirklich schon eine kleine Kugel gesehen hat, dass die Gebärmutter einfach jetzt schon ein bisschen übers Schambein gerutscht ist. Und natürlich auch wieder ordentlich unter Leib ziehen. Also ich habe die Mutterbände einfach extrem gespürt. Ja, zwölfte, dreizehnte Woche war es dann ähnlich, dauerhaft müde. Ich habe auch immer noch Übelkeit. Bin jetzt aktuell in der 15. Schwangerschaftswoche und mir ist einfach immer noch ab und zu übel. Ich bin unglaublich kaputt. Schlafe viel am Nachmittag. Komme vormittags meistens nicht hoch. Ja, einfach total ätzend. Also ich habe irgendwie bei den anderen beiden das immer so gehabt, dass ab der zwölften Woche alles total schön war und die 100 goldenen Tage der Schwangerschaft beginnen. Aber das ist bei mir aktuell gar nicht der Fall. In der 14. Woche hatten wir dann tatsächlich noch unser Ersttremester Screening. Das war jetzt ziemlich spät für die 14. Woche, aber das ist absolut okay. Okay, wir haben uns unglaublich gefreut auf den Termin und ich habe auch wieder ein Bildchen bekommen. Das Baby hat sich überhaupt gar nicht zeigen lassen. Die Frau Netzen war echt super, super genervt. Sie hat halt öfter gesagt, oh Gott, oh Gott, ich muss mich jetzt hier echt ein bisschen zusammenreißen und mich in Geduld üben, weil dieses Baby hat sich einfach ständig weggedreht und hat sich so gar nicht zeigen lassen. Ganz schlimm war das Thema Herz. Also die Frau Netzen konnte das Herz einfach nicht richtig darstellen. Dementsprechend hat sie über 40 Minuten Ultraschall gemacht und dann auch nochmal vaginal probiert. Das war ja eigentlich der erste Bauchultraschall, aber das hat nicht so ganz funktioniert, weil das Bild irgendwie zu ungenau war. Also das Bild war einfach unglaublich verschwommen. Das sieht man hier auch auf dem Ultraschallbild sehr, sehr gut. Sie meint, es könnte daran liegen, dass ich mir einen Tag vorher den Bauch eingecremt habe. Man soll vier Tage vor dem Ultraschall nicht mehr den Bauch eincremen, weil das kann einfach dazu führen, dass die Bilder unscharf werden. Ich habe dazu auch nochmal einen TikTok gemacht. Viele haben geschrieben, dass es totaler Quatsch ist. Aber ich höre da auf meine Frau Netzen und creme jetzt nicht mehr vier Tage vor dem Ultraschall ein, weil man sieht ja einfach echt total deutlich, wie unscharf das Bild geworden ist. Sie hat dann wie gesagt nochmal vaginal probiert und das hat dann auch besser geklappt. Da konnte sie das Herz dann auch gut sehen. Und das Baby, genau, hat sich nicht so richtig zeigen lassen. Es hat ständig mit der Plazenta gekuschelt. Die seht ihr hier oben. Und war da die ganze Zeit so richtig eingekuschelt in die Plazenta. Aber was wir ganz oft gesehen haben, dass das Baby mir ein Küsschen gegeben hat. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ultraschall und ich bin dankbar für die Ärztin. Die ist wirklich eine ganz, ganz Liebe, die das Erstrimester Screening bei uns macht, beziehungsweise die Feindiagnostik. Und die hat auch für das Baby gesungen und ständig den Bauch gestreichelt. Das war wirklich ein richtig, richtig toller Termin. Und ich habe mich sehr gefreut und wir haben tatsächlich auch eine Tendenz für das Geschlecht vom Baby bekommen. Es ist natürlich nur eine Tendenz und dementsprechend geben wir da noch gar nichts drauf. Wir haben uns natürlich schon mit dem Namen ein bisschen intensiver befasst, aber wir warten hier auf den nächsten Termin, den wir jetzt in knapp drei Wochen haben. Und dann wird das Geschlecht, denke ich mal, ja, etwas genauer bestimmt werden können. Und genau, da schauen wir einfach mal, ob es dann immer noch der Tendenz entspricht. Ich bin einfach ein bisschen vorsichtiger, weil wir beim letzten Mal bei meiner Tochter ein Falsch-Outing hatten und sie zuerst ein Junge war und dann vier Wochen später doch ein Mädchen war. Dementsprechend warten wir einfach, aber es ist schon mal schön, dass alles gesund ist. Ich habe tatsächlich auch vor ein paar Tagen den Anruf bekommen, dass unser Baby wirklich top gesund ist und ja, dieser Nip-Test auch positiv ausgefallen ist. Das Baby hat einfach keine Anzeichen für eine Trisomie-Störung. Und genau, die Chance, dass unser Baby eines der drei Trisomie-Erkrankungen hat, nennt man das so, ich glaube ja, liegt bei 1 zu 20.000. So ein Ergebnis hat unser Ärzte noch nie in ihrer Karriere gesehen und hat gesagt, das ist wirklich fantastisch. Und da bin ich natürlich einfach unglaublich glücklicher drüber. Denn wir hatten tatsächlich Ringelröteln im Kindergarten und meine Tochter war dementsprechend jetzt knapp zwei Wochen nicht im Kindergarten, weil Ringelröteln unglaublich gefährlich sind für Schwangere. Ich habe das natürlich direkt beim Frauenarzttermin angesprochen. Zum Glück lag der Frauenarzttermin direkt in dieser Zeit und ich konnte das direkt ansprechen. Und mir wurde Blut abgenommen. Es wurde einmal getestet, ob ich immun gegen Ringelröteln bin. Es kann sein, dass du in deiner Kindheit schon mal Ringelröteln hattest und dann eben später keine Ringelröteln mehr bekommen kannst. Du bist dann immun. Und Ringelröteln sind an sich überhaupt nicht gefährlich für Kinder und Erwachsene, aber sie sind halt unglaublich gefährlich für Schwangere, weil sie die roten Blutkörperchen angreifen und auch bei 30 Prozent der erkrankten Schwangeren eben aufs Baby übergehen können und dort eben auch durch die Plazentasperre zum Baby gelangen können und dort die roten Blutkörperchen so doll angreifen, dass es zu einer Blutarmut führen kann. Und 16 Prozent der Kinder, wo die schwangeren Mütter erkrankt sind, haben wirklich massive Probleme bis zu Fehlgeburt, weil sie einfach kein Blut mehr haben. Das Ganze ist unter der 20. und Schwangerschaftswoche unglaublich gefährlich. Also falls ihr in irgendeinem Umfeld bei euch gerade Ringelröteln rumgehen habt oder im Kindergarten oder ähnliches, lasst euch bitte beim Frauenarzt testen. Das ist eine einfache Blutabnahme, die bei euch stattfindet und dann wird es getestet. Das hat bei mir jetzt 40 Euro gekostet. Ich versuche das von der Krankenkasse wiederzubekommen. Wenn nicht, ist es auch okay. Wie gesagt, geht es hier einfach um die Sicherheit meines Kindes. Und wir haben da eben ein paar Tage vor diesem Unterscheid drüber nachgedacht und ich habe viel gegoogelt und viel mit schwangeren Freunden gesprochen. Und uns war das Geschlecht einfach wirklich schon von Anfang an total egal. Und jetzt war es uns noch egaler, weil ich wollte einfach, dass dieses Baby gesund auf die Welt kommt. Weil wenn man dann wirklich so über so Ringelröteln und sowas nachdenkt, hat man einfach nur noch Angst als Schwangere. Genau, das wollte ich euch nur noch auch nochmal erzählen, dass das auch gerade bei uns Thema war. Vor ein paar Tagen kam der Anruf, dass ich immun bin und mein Baby dadurch auch geschützt ist. Und genau, heute habe ich den Verdacht, dass meine Tochter Ringelröteln hat. Und das muss ich nachher auf jeden Fall nochmal abklären lassen. Sie hat heute den typischen Ausschlag auf den Wangen bekommen. Aber ich bin ja geschützt und bei mir kann nichts passieren. Jetzt bin ich in der 15. Schwangerschaftswoche und mir ist immer noch ab und zu übel. Ich habe immer noch total Müdigkeit. Ich bin super schlapp. Ich komme schlecht hoch. Ich brauche viel frische Luft, weil ich ständig außer Atem bin, weil ich ständig kaputt bin, weil ich würge über den Tag. Und deswegen habe ich sehr, sehr oft die Fenster bei uns zu Hause auf oder sitze auf der Terrasse. Genau, ansonsten juckt der Bauch auch ordentlich, weil er schon ordentlich gewachsen ist. Den zeige ich euch aber gleich nochmal. Ich trage übrigens schon fast ausschließlich nur noch Schwangerschafts-Leggings, weil einfach nichts mehr passt. Ich habe auch schon meinen Kleiderschrank komplett aussortiert. Da ist also nichts mehr drin an normaler Kleidung sozusagen. Und hier sieht man auch schon den Babybauch. 15. Schwangerschaftswoche eigentlich geht der Bauch nur bis hier. Also hier ist meine Hüfte und da endet mein Bauch eigentlich auch immer. Also genau, man sieht schon, dass er auf jeden Fall ein Stückchen gewachsen ist. Und man spürt hier auch ganz, ganz stark die Gebärmutter. Also wenn ich hier so drücke, dann merke ich das direkt, dass hier diese Kugel anfängt. Und morgens beim Aufstehen und ich liege im Bett, dann merke ich das auch richtig. Da habe ich voll so eine Beule hier im Unterleib. Ich bin gespannt, wann ich das Baby das erste Mal spüren werde. Aber das werde ich euch dann im nächsten Schwangerschafts-Update erzählen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!